Scheiße Naach Haha Schönes Ding, Alter Er hat Kelly schön einem in der Drehung mitgegeben, Alter Für die anderen konnten sie aufhalten Alter, wie soll ich denn am abhauen? Ja, supergeil, Alter Mir stinkt doch alle nach Magie Ich bin hier nicht zu beschlüssen, ich bin hier nicht zu beschlüssen Werther, du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anführen werde Du stattest mir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue Im Dumm hältst du mich Zählen verrunden Einer weniger Einer weniger Der kann immer noch nicht ausweichen Der hält drei Buzzy Schüsse aus Das ist interessierten feuchten Kackpups Das ist nicht herausfordernd, das ist scheißen unfair Feierabend Feierabend Ich bin hier nicht zu beschlüssen, du Idrin Juhu Werther, du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anführen Fist! Meine geschmolzene Scheiße! Ich kann denen nicht ausweichen. Halte doch mal die Klappen! Alle beide! Das normal! Der Gelaber kann ich nicht mehr tragen. Wie so ein altes, dreckiges Ehepaar. Boom, er hat drei Leute auf einmal ausgeschaltet. Wie so ein altes, dreckiges Ehepaar. 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 Ich muss auf. Heilen. Heile. Gehen hier. Aufhören. Sehr schön. Okay. Leckst du. Da. Danke. Okay. Puts. Leck mich. Heilen. Nein. Fuck, Alter. Also ich versuche ja gerade irgendwas Lustiges daraus zu finden, aber es ist einfach nicht lustig. Vorsicht, Team Blau. Rappapodok, doopok, 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 doopok. Werther, du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anführen werde. Statt es mir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue, du behältst mich. Okay, alle konzentrieren sich auf einen. Ich hau ab und sehe gut aus. Aber hier ist es. Hier wichtig für dumm erreichliche Lenskost, der Runde verbrannt ist. Ich rande weg, 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 ich rande weg. Ich rande weg, 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 ich rande weg. Ich renne mich auf! Ich renne mich! Ich renne mich! Ich renne mich! Ich renne mich! Papa 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 Ha ha ha! Nein! Wuhu! Oh Oh Lauf, lauf, nein, ach, verdammt Ja, das ist auch gleich mein Ende, ich hab also keine Lust mehr Verdammter Hacke, warte mal, wir gucken mal Da ist eine Nahkampfwaffe, ist du nicht grad das Beste Ja, das ist keine Lust mehr Oh, ich habe eine Idee Boots 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 Ich bin hier, um dich zu beschützen, Breedling. Wärter, du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anfühlen werde. Gestattest dir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue, umhältst du mich. Ach, scheiße. Ach, Mann, warum müssen es dann auch gleich drei Stück sein, die nicht zu töten sind? Das macht einfach keinen Spaß und keinen Sinn. Wenn ich denen sage, sie sollen sich um einen kümmern, bleiben sie blöd auf einer Stelle stehen? Wärter, du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anfühlen werde. Das ist schön, dass er verletzt ist, aber sterben tun sie einfach nicht, die blöden Motherfuckers auf Doom. Ja, 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 müssen wir wieder aufladen jetzt. Danke. Sehr schön, keine Munition mehr. Oh, das ist meine scheiß Schottie. Richtig. Zur Explosionsrage bringe ich sie jedenfalls schon. Das ist sehr toll. Komm ruhig näher. Putz. Putz, 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 putz. Nein! Ach, ich renne direkt in die scheiß Kugel rein. Ich brauche Hilfe. Radio Kubel ist es scheiß Kugel rein. Du gehörtаешь mir! Hohe auf die coats e her, wenn sie mich gerade heilt! Hörste. Hi, Mannir. Du gehörst ihm! Schnauze in dem Arsch. Ich mag nicht mehr. Es macht keinen Spaß mehr. Country roads, take me home. To the lake. Warte mal wo ist die Schatty da? Die Schatty. Warte, du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anfühlen werde. Du gestattest mir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue. Oh, du hältst mich. Aber hier wirst du. Hier wirst du verloren. Habe ich einen? Ich habe einen! Ich habe einen! Und es hat mich nur eine komplette Snipe und eine komplette Basse gekostet. Jawoll! Huh, huh, huh. Kann jemand mal... Danke. Okay, jetzt war ich... Fick dich! Fick euch! Die haben sich gegenseitig gestorben. Sehr schön. Er hört euch nicht wieder stecken. Lauf, 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 lauf. Aber... Nein! Nein, 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 nein! Huh! Tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn! Jetzt muss... Jetzt muss er einfach so lächerlich aussehen. Nicht vor den Erfundenrennen und er mir hinterherrennt. Hilfst euch mit ihr! Ami, der Herr schafft wir hier! Schickt euch! Ich muss euch heilen! Ob ihr wollt oder nicht. Okay, ich habe den Eingriff gerade so überlebt. Geht, doch! Verläutung! Ich werde gezogen! Ich bin hier! 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 Wir haben Fred verloren. Neu vom Leben! Wir haben wieder das Stab! Danke! Es geht wieder! Ok, 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 ok. Ok, jetzt konzentriert bleiben. Aua, fuck! Ja, das wage ich! Und jetzt verpiss dich! Ok, was haben wir hier noch so hübsches? Nix vernünftiges. Doch, ne Party! Ah! Ah! Ja, der Child is down! Ok, fickt euch! Nein! Fick dich! Fick dich! Fick euch! Ihr blöden Schweine! Jetzt sind euer fucking Geschütze dabei! Ich habe ja nichts besseres zu tun! Da ist er! 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 Hier kann ein Brot helfen! Wow! Wir haben Linda verloren! Bitte da kommen! Oh! Da ist wieder einer von uns! Aua! Fick euch! Hier werden euch gemischt! Alter Mann! Jetzt sind noch 15.000 Geschütze dabei! Halt mich! Halt mich! Schnell! 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 Er ist nur da! Oh! Fick dich! Ok! Ok, ok, ok! Oh, zum Glück spawnen meines Bartens wieder! Das ist sehr gut! Oh, return meines Bartens. Er stimmt heran! Ja, er stimmt heran! Nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Kelly! 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 Schnell. Neiii! Kai Frau Pedroiier. Ey ... Vki manchmalレber das mening. Khi ... ok jetzt ist er noch hinter mir, fickt euch! immerhin haben wir einen Save-Pointer, das ist gut wie schlecht ich deine MÖRES ok, pass uns jetzt ein, ich leg dich ab ich bleib doch nicht stehen, du Affe! du bist doch bescheuert, bist du doch als ob ich stehen bleiben würde ihr ballert auf die Geschütze und ich renn bitte um die Gegend herum und sterbe genau den greifst du natürlich an geht wieder ok, ich hab noch getroffen ok, was ist leer das sehr deutsch JOE ok, ich bin dir ausgefordert, ich bin dir Alter! Er liegt. THX! 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 Da muss man grad zum Deckung gehen. Keiner muss nicht mehr! Alter Mann! Kali, bitte! Alter, Kali! Aaaaaah! Hast du noch mal Handtaschen? Guck doch was mit dir los, Kali! Kommt noch mal! Er kämpft mit Fokus geschütten! So, machen wir das! Boots und heilen! Mann, guck nicht noch blöd! Ausweichen! Sehr schön! Entschuldigen! Entschuldigen! Ihr wischt ja nemmet! Weil ich nicht vor appointmenten darf! Ja! Witzig! Ich bin sichtbar! Kreis, Digga. Hier, ballert doch mal die scheiß Geschütze ab. Bitte. Hallo, na, da habe ich euch nicht mehr gesehen. Du, ich muss ganz dringend darüber. Juhu. Ich bin Wonshot, ich bin Wonshot, ich bin Wonshot, Wonshot, Wonshot. Juhu, das war knapp. Habt ihr das scheiß Ding? Dann macht das alles kaputt. Mir ist egal. Ach, die scheiß Geschütze ist kaputt, ey. Gehen die mir auf den Sack. Nein, nein, nein. Bleib da hinten. Ganz wie mein Arsch. Ganz wie mein ganz hervaltig. Da, das ist geschützt. Das nächste scheiß Geschütz. Ein Geschütz nach dem anderen weg. Du magst es nicht zu beschädigen. Oh, nee. Oh, sehr schön. Die Geschütze sind weg, oder was? Ein scheiß Geschütz noch da. Oh, sehr schön. Und erhebliche Träger-Tunen. Hörst du! Probex, sofort! Okay, der Werte hat die Uwe-Trenzen weg. Ich weiß genau, weil ich festgestellt. Du kannst mir nicht stammen. WOOOOO! Wir fahren mit dir! Würdet ihr jetzt bitte mal auf den Wechsel mitbeilern? Geh nach Hause, diesen Baby. Komm, irgendwo noch eine dicke Waffe hier. Nix. Auf der anderen Seite geh ich mal gucken. Hab ich, hab ich es geschafft? Ich hab es geschafft! Ja, boom, 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 boom! Ist das ein Kackpun? Hä? Ey, die war das! Kleinen Wichser hier! So, zack! Der rote Teppich ausgerollt! Scheiße hier! Leck mich alle am Arsch! Ich bin viel zu alt wie diese Scheiße! Wisst ihr eigentlich wer alt ich bin? Ich bin oben auf der Brücke. So, Katana, wenn ich mit dir fertig bin, weißt du, wann du es lutscht? Meine Eier! Okay, wer kennt das? Ab in die Kommentare schrücken. So. Sorry, deine Prinzessin ist in einem anderen Schloss, oder was kommt jetzt, ha? Weck mich doch. Die verantwortungsvolle Aufgabe obliegt Katana und den E-Sieg. Nicht du schon wieder! Ich hab die jetzt zum siebten Mal besiegt! Achten, neunten, zehnt Mal besiegt! Wirst sie nicht verraten! Das sieht echt scheiße aus. Ja, nein! Recht! Pfeifen mir auf die Knie, du Sack! Ich habe versagt. Er ist der Letzte, vor dem ich Schutz brauche. Gott, wie hässlich bist du? Siehst du denn aus, Katana? Was ist mit deinem Gesicht passiert? Hallo, John. Schön, dich zu sehen. Hast du scheiß Gesichtscreme benutzt, oder was? Du hast dich verändert. Ja, das Gesicht. Es war nötig. Nicht die Haare. Ich weiß, wir sind uns uneinig. Doch wenn du meinen Plan erst verstehst... Dein Plan ist... ...dass wir tun, was du sagst. Ich biete den Menschen die Gelegenheit, sich zu etwas Größerem zu entwickeln. Wie Dr. Halsey es bei mir tat. Nein. Dieses Monster zwang dich. Das ist ein Geschenk. Hör dich nur an. Lass es sein, Katana. Komm mit uns. Wir können das noch beenden. Beenden? Nein, John. Das hier ist zu wichtig, um es zu beenden. Was hast du? Ich wusste nur wissen, ob ich dir noch vertrauen kann. Bis mein Werk vollendet ist, bist du im Kryptom sicher. Ja. No shit, Alter. Fuck off, Alter. Das Tor. Ich habe sie gewarnt, aber... Sie wollten ja nicht hören. Kein Spartan, bleibt zurück. Der Mann wird das Richtige tun. Wie immer. Hütten wir ihn. Verdammt bist du ein Schmeißbiest. Das ist ja faszinierend. Oder vielleicht eher schrecklich. Exuberant. Was ist los? Das werden wir später erfahren, meine Freunde, meine Chicos und Chicas da draußen. Halt mich jetzt erstmal beenden. Ich bin voll total toll und sowas. Und bedanke mich jetzt noch so weit für das Zusehen. Geh mal, schreibt alles in die Kommentare. Und dann werden wir wahrscheinlich langsam zum Schlussakt kommen. Meistens waren immer so bis zu 15 Kapitel. Wir sind jetzt bis zu Kapitel 14. Daher wird das nicht mehr lange dauern. Das letzte Rest will ich mir noch ein bisschen aufbewahren. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich auch nochmal online. Tschüss.